Das ist halt auch nicht so meins. Ich bin ein absoluter Simulationsfreak. Ich liebe... Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was er kann. Ja, aber kann ich verstehen. Ich liebe sämtliche Simulationsspiele. Also der Oni, wenn er dich einmal gehittet hat, dann blutest du ganz normal und unterlässt auch so Blutblasen. Die kann der Oni aufsammeln. Damit lädt er seine Fähigkeit aus. Och nee, ich stehe nur rum, ne? Und wenn seine Fähigkeit voll ist, dann wird er zum Super Saiyajin. Dann nutzt er seine große Keule. Och fuck, ich guck die ganze Zeit, wo ist der Idiot? Und wenn er im Wage-Modus ist und seine Keule schwingt, dann bist du auch mit einem Schlacht tot, egal wie viel Leben du hast. Oh, wie sieht mein Mikro von mir hier aus? Ich glaube, ich spinne. What? Schämen soll sich... Ich glaube, ich bin auch noch direkt in die Fresse, Alter. Was ist denn das? Ich dachte, jetzt trickst ich ihn aus, weißt du? Ich glaube, er fiedelt sich erst mal im Blut hoch. Oh, oh. Ich glaube, seine Fähigkeit ist ready. Sollte sich gerade so an. Andy, warum hast du ihn denn da hingeloggt? Weil ich... Was ist das? Ich habe so roten Dampf hinter mir gehabt. Ja, das ist wahrscheinlich das Blut, das du verlierst. Ich würde mal sagen, dein Darm ist im Arsch, du scheiß Blut. Irgendwie habe ich gerade den Dings verloren, das ist von Arsch. Das finde ich halt nicht so geil. Das sieht ja lustig aus. Das ist echt, als würde mein Blut pupsen. Oh, oh. Jetzt bloß weg von ihm. Er ist ja Super Saiyajin. Super Saiyajin. Was kann das? Also jetzt ist er um einiges schneller und schlägt mit seiner Keule zu und du bist mit einem Schlag auf dem Boden. Und dafür braucht er halt das Blut, also diese Blutschwaden von uns, wenn er uns verletzt, um die Fähigkeit aufzuladen. Hab jetzt eigentlich immer nur ich diese roten Streifen, die ich hinter mir herziehe und da haben das alle. Alle, die verletzt sind, also alle, die einen Schlag abbekommen haben, einen normalen. Ich sehe schon weit weg, was du da mag, was. Schön. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Holst du da jemand runter? Ja, ich würde gerne, aber ich werde verfolgt. Nee, du nicht. Du machst nichts mehr. Du gehst nur noch in die Waagerechte. Das ist ja frisch. Das ist ja frisch. Oh, fuck. Oh, fuck. Moment, in den Hagel. Warte, warte mal. Der ist noch besetzt hier. Nee, der hat jetzt noch besetzt. Ja, ich stimm den. Jetzt hol dir aber bitte mal Chrissy runter. Warum? Gott, hat die Alte gerade geschrien hier. Nee. Oh, scheiße. Das ist richtig. Ich wurde abgelenkt. Alter, irgendwie macht der uns gerade richtig nass. Kann das sein? Nein. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Alter, ist wirklich super. Paya-Gin, was ist denn das? Jep. Alter. Das war ja heftig gerade. Heftig oder hässlich? Heftig. Beides. Beides. Ja, und hässlich. Häfflich. Häfflich. Alter, Finne. Mein Schatz hat bestimmt den Fernseher wieder lauter gestellt. Scheiße. Schöne. Nö, nö, ich war das nicht. Ich war da, ich war das nicht. Ich bin hier oben. Ach, leck mich doch. Nein. Ja, geschehen. Nein. Warte mal. Ja. Wegen dir fange ich jetzt nicht das an. Alter, ich hab nicht aufgepasst. Fuck. Das tut mir sehr leid für dich. Das glaube ich dir nicht. Äh, das ist aber auch gelöst. Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Danke. So, ich guck mal gerade, ob das hier... Ui, 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 ui. Hatte ich hier nicht irgendwo einen, da? Oh. Ich dachte, wir haben noch nicht einen verkackten Gen, so ne Scheiße. Wo sind denn hier welche? Wo sind denn hier welche? Dein Po ist zu dick. Fuck, ich hab den Stein nicht gesehen, die Idiot. Oh, Scheiße. Ups. Was ist denn hier? Hage. Hie. Danke, ich bin schuldig. Der hat mich ausgedrückt. W-wet? Den Schuh zieh ich mir nicht an. Oh, nicht dämlicher Pisser. Hab mir den Oni auch noch gewünscht. Also, der Oni an sich ist ja schon geil. Muss man sagen. Ich glaube, ich Herzrasen. Ich möchte das nicht. Ich hab da so ne... W-wet? Frage beantwortet. Ich hab da so ne Vermutung, dass da irgendwer bei dir in der Nähe ist. Nein, ich stecke hier fest. Verdammt. Oh Gott. Gott, 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 Gott. Hör mal ganz weit weg. Krieg hier voll das Trauma heute. Laufen Sie. Dann mal ich dir alles richtig. Was ist hier vielleicht mal irgendwo? Nö. Angelegen. Warum ist hier denn nicht... Warum ist hier denn nicht? Ja, warum denn nicht? Warum kann ich mich nicht selber heilen? Wo seid ihr überhaupt? Vielleicht ist das ein... Vielleicht ist das ein... Fuck. Ich hab den Ausgang gefunden. Ich bin für den Ausgang. Verdammt. Da fehlen uns doch so ein, zwei Gents. Ja. So minimal. Übermerkst. Oh, oh. Dave on Rage. Oh, geh weg. Nein, tu's nicht. Komm her. Nee, tu's nicht. Alter Finder. Hier, du. Halt. Andy, stopp. Kannst du mal gerade? Ja. Oh, scheiße. Der ist voll gruselig. Wo geht's denn hier lang? Ich bin weggelaufen, weil ich dachte, der läuft dir hinterher. Nee. Der ist halt nicht bei mir. Er ist irgendwo bei mir hier am Main Building. Oh, scheiße. Ja, und wie er hier ist. So, wir müssen noch irgendwie einen Generator finden, ne? Oh, er ist hier. Ja, er ist hier. Er ist hier. Die Brille fühlt sich gerade sinnlos. Jetzt bin ich raus. Chat, was meint ihr damit? Irgendwas habe ich verpasst. Oh, 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 oh. Er ist immer noch am Main Building irgendwo. Aber nicht mehr bei mir. Schnappatmung beendet. Hast du mich gesehen, du Penner? Hm, ein bisschen. Wie denn? Ähm, Magier verriert doch nicht seine Tricks. Nö. Oh, Mann. Magier, schreib mir mal deinen Zauberstab. Den schiebe ich dir trocken hinten rein. Okay, die Fronten sind geklärt. Ah, wegen dem Stein noch. Ja, okay, sorry, Chat. Ich faggad. Warum ist denn hier nirgends? Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, ich renne immer in dieselbe Ecke. Und frage mich, warum da kein Generator ist. Weil ich... Ich habe hier gerade eine Orientierung wie eine Bockwurst. Ach, scheiße, von Dark Order. Ist jetzt blöd, nicht? War vielleicht ein bisschen unkoordiniert gerade. Hey. Gott sei Dank. War sie den Besten, alles gut. Ach, scheiße, das ist doch... Warum bist du so schnell? Das ist ja frech. Magier, Geheimnis, ne? Hallo? Nee. Haltet ihn auf, der tut nichts. Der sieht nur so... Der sieht nur stark aus. Ich weiß, dass hier irgendwo einer ist. Ich riech das. Was? Ich riech das. Boah, dein Mann, das ist... Ah, das ist... Ah, das ist... Okay, mich braucht ihr nicht mehr retten. Ich bin am Arsch. Nee, du bist da doch nur. Nee, warte, warte, warte. Ah. Alles reden, Schellen. Alles reden, Schellen. Moment. Die sind vom Bistum. Hier irgendwo. Das war mir klar, Mikas, dass der Killer dir sympathisch ist. Ja. Ja. Du brauchst gar nicht wegrennen. Nein. Mann, oh, oh, oh. Ich wollte dich gerade noch verstecken. Ist doch kacki. Nein, 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 nein. Tade. Tade. Tade, 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 tade. Ah. Achso, Malibu hat noch ein Leben. Das ist ja gut. Ja. Ich rieche Angst. Ich rieche wieder Angst. Irgendwer hier hat Angst. Das würde ich so nicht sagen. Irgendwer hier hat Angst. Oh, ich werde gejagt. Hol sie runter. Ich gehe die anderen jagen. Achso, Achtung, 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 Achtung. Oh. Scheiße. Okay, ich wusste, dass Christi auch hier ist. Kacke. Schien. Du bist ja schon ein bisschen verteidigend. Ey, 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 das liegt ja in der Map, das sieht hier doch alles gleich aus, ey. Generator, 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 wo bist du? Oh, oh. Oh, gruselig. Ich hätte gerne mal einen Töten, ne? Aber ich finde keins. Oh. Ich würde gerne abnehmen. Oh, ich habe hier gedrückt. Juhu. Ist ja jemand? Nein. Passiere hier nur kurz. Uh, da habe ich was gehört. Uh, da habe ich was gehört. Ah. Scheiße. Uh, da habe ich was gehört. Da kam die böse Schinne. Ich komme. Warte, warte, warte. Ich eile. Das ist jetzt frech. Oh, gut, 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 gut. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Ich wollte ein bisschen Zeit lassen. Ich will das jetzt. I'll try my very best. Das ist es. Ja, gerne. Lass uns mal hier irgendwo. Höh? Höh? Ah, fette. Heinz, gruseliger Felsen. Na, Entschulde, Alter. Der macht Geräusche wie irgendein alter Rentner, der gerade. Fertig. Ich wurde gerade auch mal auf den Haken gehängt. Dich möchte ich mal hören. Ja. Hast du wieder einen abgehuckt, ne? Hast du wieder einen abgehuckt? Aber so richtig schön. Du bist echt weit weg. Ja. Ja. Das schaffe ich nicht. Oh, oh. Tü, 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 tü. So, einer links, einer rechts. Ja, ich werde bodygeblockt. Du wurdest geblockt? Ja. Einer links, einer rechts. Ich nehme die Mitte. Glanzermäßig. Schelle links, Schelle rechts. Kinder, warte ich ganz kurz, wir sind den heruntergeholt. Zwei Tage Bettruhe. Ja. Wenn das mal reicht. Also, ihr könnt ruhig hin. Ja, 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 ich schaffe so, ich schaffe so, ich schaffe so. Er spielt mit euch, merkt ihr, ne? Er spielt mit euch. Oh, scheiße. Nein, ich könnte mich noch mal so ein bisschen färbelassen. Nein. Scheiße, ich habe den letzten, ich habe den letzten Skillcheck verpackt. Ah, scheiße. Ihr macht mich als Hände. Scheiße. Ich gucke dir doch hinterher. Verdammte Arme jetzt. Ja, ich habe mich schon, ich habe mich damit abgefunden, dass ich jetzt abgehuckt werde und dann kam noch so ein letzter Skillcheck. Ach, verdammt. Fuck. Na, wo seid ihr? Mhm. Ich bin übrigens nicht mehr verletzt und dann lasse ich immer noch diese roten Streifen überall auf dem Boden. Ach so, das sind Kratzspuren. Ja, aber das ist doch Kacke. Das ist normal. Das ist doch Kacke. Die hinterlässt du immer, wenn du sprintest. Dave on Rage. Die hinterlässt du nicht, wenn du normal gehst. Ah, okay. Viele Rolle. Dave on Rage. Oder du hast auch den einen Perk dabei, dass die irgendwie nach, keine Ahnung, geringer Art. Zeit verschwinden oder irgendwie sowas. Malibu? Du hängst jetzt ein drittmal, ne? Ja, guck, dass du vielleicht die Luke findest. Ahaha. Die sinkt hier, also die macht den Geräusch. Ich habe bisher noch nie eine Luke gefunden. Dann ist das der Moment, das zu tun. Lässt nicht viel hoffen. Ich rieche Angst. Angstschiss. Ja, ich wollte gerade sagen, das muss man Malibus Hose sehen, dann weiß sie warum. Malibu. Die Hose ist rot, also eher, ich glaube, sie hat sich eher eingeblutet. Malibu. Ich glaube, er weiß, wo du bist. Ich glaube, er weiß es. Lass mich. Geh weg. Hab ich so im Gefühl. Komm, lass dich doch die Luke finden. Lass dich doch die Luke finden. Nein, nein, nein. Er hilft dir ja dabei. Jetzt ist es schneller. No. Wunderbar. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Nein, nein, nein. Röppst mit an. Komm, trotz, trotz dich zur Luke. Oh, Gott. Versuch was wert. Ja, genau, Marie. Versuch was wert. Wirst du eine, wo die ist? Wenn ich dich nicht sehe, können sie mich auch nicht sehen. Ist es wahrscheinlich irgendwo hier? Der Kassegeil. Und Schwupps. Balibu, du bist klasse. Du hast dich super tragen lassen. Oh, Mann. Tragende Rolle quasi. Herrlich, also ist der Krascherkiller, ey, der Uni. Der Kassegeil. Der Kassegeil. Der Kassegeil.